nicht viel hier schon Eis farmen wie immer hier schon doch damit das Eisen auch drin bleibt kann es ganz leicht rausholen so das hat der Anzug dann so viel da muss auch mal ein Update gekommen sein der doch letztes Mal ein oder weniger gesagt wenn ich sage mal ein Inventarfall ist ich habe keine Ahnung was der Anzug mal gesagt oder was nicht jetzt bin ich gegen meine Maus gekommen da so ich denke das wird schon reichen ich hole aber trotzdem nochmal einfach den Rest und ich glaube ich hole auch gleich ein bisschen ähm Uranium irgendwo ja weil ich weiß nicht wie lange soll ich nicht decken mit dem Strom wenn ich hier die ganze Zeit die Raffinerie gelaufen habe jetzt gucken ähm hier wir haben noch 0,27 das ist gerade mal die Hälfte vom Anfang hier scheiß auf Kobalt hier nehmen wir mal die, ah ne wir müssen hier zum Inventar und dann okay wir dürfen für jeden Einzelnen laufen gibt es was schöneres auf der Welt aber ich habe doch mehr als 5 gebraucht ja ich brauche 40 warum war sie denn nur 5 hergestellt hm cool achso das war das okay ich dachte das wäre Eisen weg damit genau das wird nicht mehr so schnell wiederkommen so das nächste das ist jetzt ein bisschen äh nervig weil ich jedes heißt nehmen muss aber so ist das oh das ist der Rest ich kann echt nicht mehr mitnehmen das ist der Scheiße ähm hatte ich nicht gerade irgendwo noch 5 ist egal es ist alles muss mal kaputt da bin ich auch zufrieden mit komm so hier hinten so wir machen mal die Raffinerie da aus obwohl ich brauche noch kein Kobalt ich brauche Eisen so genau drüber was da dürfte ja noch was nee wo gehe ich denn sonst immer hin da hin dürfte ja eigentlich noch was im Tunnel liegen soll es nicht wie es bei uns weil ich darüber bin sind wir gleich also darüber zu station so ne sieht nichts aus doch doch gut komm lustig so ja das wird jetzt wahrscheinlich erstmal hin und her gefliegt sein vom allerfeinsten Laderockler oh meine Energie ist niedrig so mit der Energie bin ich bei dir war ganz vorsichtig ich bin nämlich gerade vor der Aufnahme ähm schon an Energie leer gestorben kurz das war allerdings ich bin rein hab 0,1 Energie gehabt wollte zum Teil und war schon tot also nicht dass ich versuche was vorzuhalten äh vorzuhalten so wo ist es denn ich ne auf der anderen Seite irgendwas ist ja doch anders ha ich hab's ich war falsch rum so Energie wird schneller verbraucht oder kommt mir so vor 71 79 was erstmal ich geh gleich nochmal hin ähm seit wann ist das kaputt hm komisch komisch ähm hier in den Cargo Container dann wird das nicht automatisch in die Raffinerie gepackt also vorausgesetzt hier ist an Raffinerie Raffinerie ich glaube das heißt gar nicht Raffinerie oder das muss ich kurz nachgucken Sekunde das heißt doch nicht Raffinerie Raffinerie ist doch irgendwas mit Flüssigkeiten oder Öl und so glaube ich bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher so Google Google übersetzt da ist er ja komm okay okay Refin Raffinerie übersetzen doch das ist eine Raffinerie okay ich dachte eigentlich Raffinerie wäre so Öl Erdölverarbeitung dann halt nicht ne so damit er sich noch auf den Boden schaut das war geblöd dann muss ich die ganzen Teile noch unterbringen werde ich jetzt hier wegschmeiß geht nicht warum nicht ähm ich möchte jetzt halt alles nehmen das dann wegschmeiß kann ich das theoretisch einfach da runter dahin tun wo ich es graben will dahin zu hinschubsen ach das sind sowas riesig ruhig trag's lieber die zwei drei Läufe so gehen wir mal hier ich gehe das ja genauso das ist der Weg nicht ganz so lang das nächste ja das wird man jetzt ein paar mal machen dürfen ähm ja es hat ja noch 35 ich mach mal kurz auf eine Pause und ja schaltet wieder zu wenn das drin ist weil ganz ehrlich ich glaube nicht dass irgendeiner Bock hat dass jetzt das sehen wie ich hier 30 Minuten herpflege bis gleich so da bin ich wieder ähm ja ich hab fast alle drin hier 37 und zwar hab ich jetzt schon äh ja neun Motoren sag ich mal ich hab die jetzt einfach hier alle reingeschmissen und jetzt geh ich einfach rein hol's mir und das geht einfach schneller jedenfalls konnt's mir schneller vor ich hab jetzt nicht irgendwie gemessen oder so ich muss ich ich spare mir das halt damit ich immer da genau ranfliegen muss dann ähm K drücken muss ähm erst mal suchen muss nach Detailen dann Doppelklick drauf machen muss dann da hinfliegen muss ich geh einfach rein zackt und fertig so ich hab ein zu viel gemacht so eins dürfte jetzt auch da drin sein glaub ich und euch doch alle verbraucht euch Glück euch Glück ok das sah vorhin so aus als hätte ich ein zu viel gemacht so dann fehlt unser Computer da dürfte ich auch ein paar haben mal gucken hier Computer brauche ich 30 kaum glaube ich 8 dann mach ich das gleich dann versuche ich jetzt gleich mal so viele Doppelklick noch reinzupacken ähm so damit ich dann gleich alles auf einmal machen kann sowas brauche ich noch ich hab die 8 Computer ich hab die 40 Teile da 10 Construction Component und 40 Steel Plates ok 10 und 40 so jetzt ist alles dabei jetzt kann ich einfach fertig machen gut so schnell da hin es lebt so ähm ja noch schnell fertig machen und dann komm komm gut dann hier schnell anmachen ah ne kann ich noch nicht ne dazu brauche ich Strom damit er läuft gut dann ist Strom das nächste um dass ich mich gewöhnen muss sag ich mal dann werde ich hier mal jetzt kurz was ist denn ne da hier so auf Control Panel und einfach mal alles auswählen kann ich hier so ziehen ne weil ich ja jetzt kein kein kein